Und da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Runde von Fire Emblem, Free Houses, hier im Akonis Menü. Und wir haben zwei Unterstützungen, das heißt, die werden wir jetzt gleich sofort einsammeln gehen. Ich fliege schon dahin. Oh, wie süßes. Da fliege ich natürlich auch sofort hin. Hi. Hi. Lass mal quatschen. Ich frage mich, warum? Hey. Hey. Oh, ähm. Ich bin nicht schuldig, ich bin nur verletzend. Und es ist nicht wie jemand die Wurzeln der Kreatur zu haben. Es ist ein legendarischer Relic, richtig? Und es wurde dir geschlossen gehandelt. Es ist unglaublich. Vielleicht ist es weil du mit Geralt relacioniert bist. Er war ein Liedger der Knights von Saros. Und wahrscheinlich der allergleichen in der ganzen Fodlan. Als ich mich geingelt habe, er ist weg. Also ich weiß nicht, aber er ist stark, richtig? Er ist der Stärkste. Du wirst mir immer sympathischer. Ich gehe dann mal. Gibt es ein Problem? Ach, kein Thema. Was machst du überhaupt hier? Einen Lederlappen? Ich meine natürlich, was ist das für ein Titelbuch? Wer war der Älteste? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Aber meine Mutter hat einen älteren Mann gewandert. Er war schwer für Wehr. Er konnte gar nicht mehr gehen. Er hat ihn zurückgezogen. Er hat ihn zurückgezogen unter einer Hübschelung. Und er hat sich zurückgezogen. Er hat mich gelernt. Er hat mich zu schreiben und schreiben. Der Bibel ist ein Relic von diesen Zeiten. Vielleicht war er Doktor. Ja. Ich wusste gar nicht viel über ihn. Er war ein mage. Ein Schöler. Ich bin nicht der Schmerz. Und ich werde nie wissen. Nachdem ich mich aus meiner Krankheit er hat ergezogen. Naturale. Meine Krankheit, es ist so, war Teil einer größeren Plague die durch unsere Stadt. So viele sterben. Und da bin ich. Er hat mich ausgeschlagen, wegen irgendwelchen Schmerzen. Ich fühle mich. Sie sehen. Kein Glück hat sie verdient. Ich glaube, das war Mützler. Wir freuen uns. Aber in kleineren. Die Straße sind erfüllt mit Kinder. Mit Familie nicht mit 숨gelen. Wein und Kunnen, So vieleuli sterben. Oder eine Schmerzige der Schmerzen würde. Ich würde sie schrauben. Ich denke, wenn ich sogar noch einen Unlucky-Soul schaffe, dann bin ich meine Rolle. Es ist ein klein Traum, aber es ist eine, die ich in meinem Herz behaupte, um diejenigen, die es braucht. Das ist was meine Gang ist. Wenn ich meine Leute rekrutiere, ist es zu diesem Ende. Um ihnen ein Zuhause, die Turf Wars, die Gang, alles, um den Traum zu erheben. Das klingt schön. Der Adel mag dich. Natürlich. Es war nicht immer einfach, aber im Endeffekt, es ist alles das gleiche Spiel. Ich habe einmal einen klubben Namen, und meine Charme, um zu werden, um den Entzünder zu der Headslung eines Nobles. Noch eine andere Zeit, ich habe einen Namen befinden die Kingdom, die mich in der Akademie als Adoption des Nobles. Das ist so, dass ich so weit bin und meine Schuld habe. Wenn ich so mache, habe ich meine Wände der Schutzhäuser weiter, um diejenigen, die es am meisten brauchen. Hm. Da ist der Name nicht echt. Es ist so, dass ich dir erzähle, Freund. Aber vielleicht kannst du, was es ist, was du denkst. Gute Frage. Wir werden es wohl nie erfahren. Äh, wir sind eigentlich auch durch, ne? Selbstwert fürs Unterricht. So, Leute. Einzellektion schon auf dem Programm. Dimitri, Axtraining. Sofort. So. Was brauchen wir noch? Hast du fein gehört. So. Wie ist es bei dir so? Oh. So. Ist das bei dir so? So. Und tut so gut als. Also wirklich. Von deinesgleichen hätte ich mehr erwartet. Ich war happy. So, die zwei Punkte können wir auch im Aussch-Unterricht ausgeben. Und ab in die Woche. Ich bin hier echt glücklich, aber da gibt es jemanden, der mich ungebeten bemitleidet. Das nervt mich und ich will, dass das aufhört. Ich weiß nur nicht recht, wie ich das deutlich machen kann. Sack ist der Passur. Niemals! So, das ist so, wie es ist. Nice. Oh. Ich bin ein ganzes Weg. Ich bin ein schnelles Studium. Es ist noch weit genug. Nice. Läuft hier. So. Nicht erkunden. Ich will kämpfen. Wir haben so viele Nebenquests, die müssen wir mal in Angriff nehmen. Dann haben wir mit denen Zeit. In diesem Monat, ne? Fangen wir mit der an. Die kennen wir nämlich noch nicht. Und dann machen wir eine von denen. Schwarzmarkt-Tricks. Hapis verschwunden. Die Gruppe folgt einem Hinweis von Balthus und sucht sehr oft mit Schmerzfock von Enver. Das kann ja was werden. Hast du mich gerade Lieblitz genannt? Ich meine natürlich keine Ahnung. Was ist übel? Es ist nichts. Okay, gut. Wenn du insofern, dann erzähl ich dir, was passiert. The thing is, a box was delivered yesterday. Filled with feathers. Pricey ones. For betting. Hapis loves a good nap, so she climbed on in. Now she and the box are nowhere to be found. I checked my merchant contacts. Turns out it was taken to Enver to be sold on the black market. You catch what I'm throwing, yeah? Hapis was fast asleep in the thing when it was stolen. Ist nicht wahr. Oh, but it can't. That's happy for you. She runs like clockwork, that one. Goes to bed at sunset and won't wake up until sunrise. If we don't go and find her, something terrible could happen. One Sai and a demonic beast could come barreling through town. Das ist übel. Das ist übel. Natürlich. Let's go. Let's go. Set up and search the town. We'll cover more ground that way. Immer noch nichts. I know. Where in the hell could she go? Hm? I can't believe you, Bea. Well, I can, but that doesn't make me any less angry. Whoa, easy there. I have a good reason. Trust me. Don't even try to weasel your way out of this. Oh, you're the worst. You didn't need to find me. I was relaxing in abyss. He made up that story as an excuse to drag you here. Look. I'm maybe a scoundrel, but I stand by what I did. Let me explain. I got a tip off that an item was being sold on the black market today. Not just any item. My mom's... There you are. How dare you interfere with our business? You have no idea what you've gotten yourself into. You are finished. We'll continue story time later. First, I'll need your help clearing out these thugs. You have no idea what you're done. You have no idea what you're doing in that. Ich muss gleich niesen. Oder nicht. Du bleibst mal da, nehmen wir Asher das mit, dass der mal ein paar Level-Ups kriegt. Aber du kannst Konstanz als Adjutantin begleiten, das sollte doch sicherlich möglich sein. Ich muss kurz mal wieder herstellen. Ah, Karte, was haben wir denn hier? Ah, Felix, dass ich da... Ich glaube nicht, dass ich Felix da stehen haben möchte. Was sind denn die anderen alle? Sind ja hier in alle Winde zerstreut, meine Güte. Wir haben das, was wir für uns gekommen sind. Mit dem, meine Lieblingszirren wird endlich... Ja, die junge Mädchen wird endlich wieder安全 sein. Wir kommen wieder zurück nach Hause. Aber erstens, oh mein Gott, es scheint, dass einige Thiebe sind in der Stadt. Thiebe? Goddess, nein. Wir müssen uns auf unsere Trezesse. Eine berechtigte Frage. Da ist das. Naja, der wird sich freuen, das ohne Wappen einzusetzen. Können wir uns erstmal in den Bohr schützen, ja. Drum gibt's ja nicht, ne? Nur leere. Oh, Mercy kann sich wehren, wie schön. Gott, so viele Gegner. So, da sollte Hoffnung viel auswerfen können. Kannst du den kaputt machen? Kann ich den mit dem Bohr kaputt machen? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ah, mal kurz vorschwächeln. Mist, können wir nicht besiegen. Das ist aber unglücklich. Damit geht's. Tschüss. Nehmen wir weiter in Umgang mit Magie. Du stellst dich erst mal aus der Gefahrenzone raus. Mein Harpy kommt vielleicht noch mit denen klar. Das überlebt sie, ne? Ja. Das war keine gute Idee, der Bogenschütze ist in dem Bereich. Sie wird sich mit dem Bogenschützen da angegriffen. Das dürfen wir sie eigentlich nicht überleben. Du sagst es. Nice. Find ich auch nicht schlecht. Okay, gut. Das müssen wir kurz umstellen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Es sind zu viele. Uff, da hat er aber gestrahlt. Die stehen hier ziemlich unglücklich. Ich meine, wir könnten einen davon besiegen, aber die beiden machen zu viel Schaden. Kann sich erst besser hier hinstellen. Und die beiden sollte eigentlich überleben. Ich kann nicht schlecht in Luft auflösen. Ich bin nur für die beiden angegriffen. Ich verlebt, John. Du Schätzchen, die Ecke. Wir machen jetzt zu. Ich bin nur für die Eureka-Sitter. Anicester hat ziemlich safe. Jetzt müssen wir so Harpy-Saugen machen. Ich weiß nicht, ob Constance da gleich helfen kann. Sie hat sich selbst geholfen. No biggie. Ow. As expected. Also die Schützen hier sind echt nicht ohne. Also die Schützen hier sind echt schwer. Oh. 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 Okay. Oh. Ah ok. Das werden ja immer mehr. Das 7 ist schon so thick. Not too shabby. I'll never. Ready. Try this on Versailles. Seems I prevailed. Sooo. I don't know if I can help her. Can she help her? Yeah, I can't. The sun. They seemed right for the kids. So. Alter, hier muss ja wirklich jeder Zug sitzen. Uh, stärker. Oh, nice. There's still. Are you sure? Oh, nice. Oh. 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 Hi. Now we are here. Ist das eigentlich ein Zug? Und wie viel macht denn... Er macht drei. Das sind zu viele. Wir kommen aus seiner Reichweite nicht raus. Aus seiner kommen wir raus. Nein, kommen wir auch nicht. Wir kommen aus keiner Reichweite raus. Wir kommen aus seiner Reichweite. So. I'm on it. Okay, ich kann ja relativ wenig machen. Da steht so ne Reichweite von dem hier dran. Schafft er das? Gucken. Okay, wir sind. Ersche ist ganz einfach das Plätzchen gesucht. Natürlich trifft er. Alter, ist das ärgerlich. Ich will auch nur zurückspulen. Ich wünsche, man könnte auch im Gegnerzug zurückspulen. Das ist immer so nervig, dass man den Zug so weit zurückskippen muss. So. Aber das passt ganz gut. Dann können wir jetzt erstmal ne Pause machen. Machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Felix wird erstmal weiter an seiner Ecke hier schillen, bis die Gefahr halbwegs gebannt ist. Und ich verabschiede mich erstmal und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Und ich sag wie immer, tschaui.